Gab's da nicht sogar MK2s und sowas? MK2? Ja, gab's da alles noch. Ja, das war ja aber im Ticket Light damit. So Hühnchen, jetzt bekommst du eine Gesellschaft, dass du nicht alleine bist. Ach ja. Das waren noch Zeiten. Wie gesagt, nach Ticket Light habe ich dann... Gott gar nicht, was war das? Feet the Beast? Na doch, Feet the Beast. Das ist immer so ein Pack, was man dann auch aufnimmt. Böööö. Böööö. So. Jetzt sollte so nach und nach alles laufen gleich. Also, viele Dinge habe ich schon ausprobiert. Dann war das eigentlich Feet the Beast Ultimate. Dann kam Direwolf. Und dann kam das gemischte Pack hier. Ja, das ist sowieso krass hier. Ja, gut, da war das andere Projekt das war. Was war das denn? Du meinst Direwolf? Ja. Haben wir da, wo wir uns getroffen haben, Direwolf gespielt? Hm? Wo wir uns damals getroffen haben? Zum ersten Mal. Das war Light. Habe ich doch schon gesagt. Text Light war... Feet the Beast Light war das. Wo wir uns dann später auf... Feet the Beast umge... Auf Direwolf. Auf Ultimate... Auf Ultimate umgegradet haben. Ja, genau. Da war noch dieses Projekt da. Und dann haben wir doch zusammen das Direwolf gezockt. Bin ich der Meinung. Oh, jetzt kriege ich Schaden. Ne, danach haben wir ja zusammen das Direwolf gezockt auf den Server. Ja. Hey, wo macht er denn die Samen hin? Wo dann der Server gehackt wurde. Ja, angeblich. Dann haben wir ja irgendwie nichts gemacht. Und dann haben wir... Und dann kam ein YouTuber auf die Idee mit dem Mudpack. Und das habe ich dann auch zusammen gebastelt. Weil er das ja nicht zum Download-Folge Schatten gegeben hat. Und ja. Naja, diese Probleme, die wir zwischendurch hatten. Das dann wegen Dartcraft und der Beta Dungeons macht. Ja, aber du... Wegen diesen komischen kleinen Taschen, die da drin waren. Ja. Und da Probleme gemacht hat. Boy. Ich will aber Dartcraft echt drauf haben. Wegen was? Da. Zuvor interessant. Irgendwas war das. Auf jeden Fall... Da war das auch geil. Da boah... Da kannst du dir so eine Schere machen. Und dafür häuten dann. Ja, ja. Das war das genau. Aber nicht nur das. Da gab es noch einiges. Du kannst die... Selbst die Hühner brauchst du nicht töten. Ja. Kannst du die Hühner häuten. Egal. Aber ich glaub da war noch irgendwas anderes bei. Weswegen. Zack, zack. So. Ach, die Gysal geben mir keine Gysalsamen. Ach du Scheiße. Ja, das ist so blöd gerade hier. Hast du keine Gysalsamen oder was? Ich muss das denn immer umqueften. Oh. So. Zwei. 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 Drei Ebenen habe ich jetzt noch vor mir. Ja, eins. Zwei. 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 Die Poppy, die irgendwie. Drei Stück sind das noch, wo ich das alles an die Decke pflastern muss. Viel Spaß. Na ja das geht schnell wie du sagst. Ich setzte jetzt, so dass ich rückwärts lauf und dann setze ich die ran. Und dann baue ich die nur noch mit der Bench adventure drehen. Dann passt das schon. Get schneller. So. So und das funktioniert alles hier. Ach. Jetzt werde ich mich verbaue dann noch. Kommt vor. Das klappt, das klappt. Und jetzt muss ich alles abrufen und dann können wir Kuchen erstellen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Noch nicht. Kuchen. Kuchen. Ja, ja, Kuchen. Das ist eine Workbench, eine Automatic Crafting Table. So, dass ich die noch kann. Eine Automatic Crafting Table. Ach, das waren vier Zahnräder. Eher Tag ist heute Sonntag, ne? Samstag? Samstag. Bratwurst? Bratwurst. Kokolade? Bratwurst. Kokolade. So. Tick, 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 tick. obwohl wird aber stunde haben wir wieder zwei stündchen dann haben wir wieder zwei stunden zeit geht nicht so schnell rum die zeit geht wieder nicht so schnell rum ehrlich da muss das rein und da muss aber ich glaube ich brauche von diesen mk2 bestimmt noch 26 warum machst du das so von diesen mk5 dass sie den aufwand ok naja es macht keinen spaß wieso macht es kein spaß macht alles kein spaß mehr einfach und zu lassen weil ich eins habe jetzt ein paar blöcke setzt die leitung dahin und dann hast du schon fertig toll ja und das kostet aber auch toll ja toll oben es ist ein jemann ist es sei ja bis neuer kopf jetzt hätte es eigentlich das eise einsortiert ein eier mehr bei mir im winter so in dem bambus muss jetzt umwandeln in den schnutz und sogar ja ja aber nicht ich brauche noch von diesen fertilizer welche kühe muss poppen poppy poppy machen die hinzucht hier mit männer mit dem ranger mit dem ranger der pumpt die milch in liquid tesseract den liquid tesseract wird mit eimer befüllt die eimer befüllen sich in die barrels ok dann geht das ganze seite weiter aha wie mache ich das denn mit dem bambus da eins in meinem inventar oder pumpt der alles raus das pumpen wir mal hier aus halt im inventory pumpt der jetzt alles raus ja der pumpt alles raus das ist natürlich blöd das heißt ich muss ein riesen vorrat an bambus anbauen ja kannst du auch mit dem haus ja der harvester war es ein bisschen gaga da drin ja aber der kannst du gerne auf eine fläche bauen wo halt wieder wasser ist ja und okay mach das schon irgendwie einfach habe ich nämlich auch bei meins den gepläten leid gemacht ja habe ich ja ich habe ja so einen kleinen da nur der hat ja nur vier dinger nur vier bambus so viel brauche ich ja nicht mit dem fertilizer wachsen doch auch schneller war das sicher ja habe aber nur drei ein fertilizer gerade stehen bei dem bei dem gysal deswegen aber ich muss gerade die chipset machen aus welche ich habe zwei steaks danke ich habe genug steaks gerade ich glaube die bei euch doch wirklich selber ne ich kann sie mir auch selber machen das werde ich ja sehen toll laufe ich in das loch runter und natürlich drücke ich falsch beim barryl nein drücke ich falsch beim barryl und sortiere das in die ranch ein autartic endgate da reicht eigentlich ein gate du so ne dreckstsau gute nacht ein tier ein davon ok davon verk owl für kabel ok jetzt systemk jetzt wird es teuer nou man wo ich Tipume in die leise auch in der dritten etage so und ich brauche für in autartic endgate oder ein ohr geht aus neun eiern kam ein geld teuer sind die dinger das will ich jetzt mal wissen was denn die hundertsicht tausend nein ich hätte mal vorher machen sollen die diamant ohr gates 160.000 minecraft schule und ich pumpe gerade 124,1 sein allein ich könnte das noch mal erhöhen um das doppelte musst du einfach noch mal so ein feld anbauen um sie wieder offen machen in gelb darf nichts mehr darf da nur noch ja ja musst du alles in grün reinpumpen oder ach grün ist voll ja wo pumpe ich das jetzt hin ja stimmt nachher ja ich frage es ist schwarz findest du naja wird schon so passen will ich hoffen einfach mal ja wäre schon eins fertig hier oder ist jetzt hingepumpt ach jetzt habe ich das inventar alles klar machst du das inventar ich hau dich gleich ein was denn musst du mir mal alles nachlabern musst du mir mal alles nachlabern ach halt die fresse ach halt die fresse achschgeige achschgeige ja was hab ich jetzt jetzt weißt du nicht was ich gesagt hab na egal ehrlich ist auch besser so für dich wenn ich bei dir bin hängt mein fps bisschen weiter unten im keller mhm weil grad die laser laufen ja die 30 stück bei mir ist aber auch grad die fresse im keller gegangen was denn nix ach das muss noch einen runter komm mit komm sie mit wir übertreiben es grad nur hier mhm ach ich hab mehr laser als du stehen naja es sind ja nur 30 musst du auch schon wieder was essen ich weiß gar nicht ich glaub das waren 50 oder 60 stück die ich hatte jaaa übertreibst du es auch hast du es bei mir eigentlich schon mal gesehen gell oder naja ich komm jetzt mit ach warte mal ich muss ja warte mal die muss ich mal ich will nicht wissen wie lange die jetzt brauchen mhm ja mach du da mal ich hab keine eisen digga mehr ich hab keine eisen digga mehr